Ja, hallo Leute. Ein besonderer Anlass, warum ich jetzt wieder einschalte, ist heute da. Denn ich habe gestern, oder wir haben uns gestern, nach nicht fast 40 Jahren, aber schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen und auf der Straße getroffen, oben hier bei mir in Mulsfeld. Und zwar ist es der Axel Efter. Ja, wir haben zusammen Abi gemacht, vor über 40, nee, vor 40 Jahren etwa, 84. Und hatten zusammen eine Band vorher, die hieß Anonym. Und, hi Aki, es war super gestern, geil. Na, wir werden was machen zusammen. Ja, und da war halt noch mein alter Kunstbanause, Kunstlassungskollege und Fluchtgefährte damals von der Klassenfahrt. Ja, was für eine geile Geschichte. Hallo Georg, Brömmer, unser Schlagzeuger damals. Und der Frank Swarron, der hat das Fan der E-Piano gespielt. Wir haben alle zusammen Abi gemacht. Und waren fast alle zusammen im Kunstlasskurs, außer dem Aki. Konnte nicht mal. Konnten wir alle nicht. Aber ist egal, war ja überwiegend Theorie. Na ja, geile Zeit auf jeden Fall, geile Erinnerungen. Und ich habe mir Aki's Kanal angeguckt, wo er halt auch die Sachen vorträgt von damals, unsere Stücke von Anonym und einfach genial geil. Und wie Aki gestern bei WhatsApp gesagt hat, mir stand das Pipi auch in den Augen. Ja, ich mache jetzt noch ein bisschen mehr Pipi, weil ich habe ein Stück geschrieben, eben aus diesem Anlass. Und da ich nicht so gut Musik schreiben kann, sondern nur einigermaßen gut texten kann, da habe ich mir ein Stück ausgewählt, was ich hier schon gesungen habe, und zwar von Spender Balladies Baroqueats. Ja, und ich texte dazu mal was anderes jetzt.